Lüge. Gewalt. Fun. Sex. Sexy Darsteller. Heiße Musik. In der Oper Nixon in China geht es um den Staatsbesuch von Richard Nixon bei Mao Zedong in Peking im Februar 1972. Fassade um Macht. Auch Gewalt. Für mich geht es hauptsächlich um Kommunikation und das Zwischenmenschliche, was dadurch für Machtverhältnisse entstehen können. Und nicht um sexy Musik und Darstellung. Aber irgendwie auch Humor bei uns. Es geht um das Spiel zweier Giganten. Ja, und auch die Nähe von Politik und Theater. Um das Aufeinanderprallen von zwei krass ideologischen Mächten, die sich darin aber total ähneln, wie sie funktionieren. Um politische Lügen, um Lebenslügen und um Fettnäpfchen, in die man tritt, wenn man als Tourist in einem Land unterwegs ist, in dem man noch nicht zuvor war. Es geht ums Vergehen und um das Nicht-Sterben-Können. Man hört einen riesigen Schaufelraddampfer der Macht, der sich immer dreht und dreht und dreht und dreht in der Minimal Music von John Adams. Es ist ein Sog. Die Musik saugt einen ein. Wo man sich immer fragt, warum kann hier keiner mal eine Eisenstange reinhauen und es hört auf mit der Macht. Es ist total, meistens total groovy und rhythmisch und zum Teil poppig. Ich hab komischerweise so geometrische Muster an der Frau. Also man hat so Wellen und Wirbel, man hat aber auch Zacken. Ja. Und dann hat man riesige Momente von Romantik und schöner Open-Melodien. Man hat einfach alles innerhalb eines Abends. Es ist irgendwie eine Mischung aus vielem, aus poppigen Elementen. So eine Maschine, die mich so zerkloppt. Ja, so eine organische Maschine. Aber auch aus sehr clever gemachter Musik des 20. Jahrhunderts. Wo man sich immer was ganz anderes drunter vorstellt. Sehr überraschend und erfrischend. Fast wahrscheinlich, wenn ihr Senhor. Nein, da oben wurde jede Menge inverse und headed. Aha, sch запис spontaneously. Wir freuen uns nicht!